Fahndung Geht's auch auf deutsch? Ich hab in englisch einen 4 Detention Bei Full Version, das ist nur ne Demo? Oh Warte mal, ich krieg weiter drauf Ja New Game einfach mal Wir spielen das einfach mal Wenn es die Demo ist, dann Auch gut Kann man sich mal überlegen Ob man das dann ganz holt Also Das ist Spiel komplett auf englisch Wenn man lesen darf Ist aber laut Gut Ich wette die schlafende Person sind wir Sag ich's doch Das könnte mir auch passieren Guten Morgen Ich lese das jetzt nicht vor Genau Ah, so läuft man Warte, warte, da war ne Lupe Ah Äh Äh Na 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 Pfff Voll in englisch, ne? Ich hoffe ihr habt's gelesen, ich lese nicht Ach das ist das Heft, achso Ups Da ist ein Auge Skedding Dark out Skedding Dark out Skedding Dark out Ne, ich will mal gucken was da an der Tafel ist Vielleicht komm mal was da an der Tafel auch noch irgendwie Kann da nicht rennen oder sowas? Klok, klok Aha, sag ich doch Jetzt kann er rennen, ne? Das ist der Klassschule Da Ich rühre mal, ich renne erstmal da Da, da, da Fenster Aha Ich versuche alles wieder zu kommen, ich hoffe sie Da ist schon, obwohl das bestimmt auch wieder Ja Das ist ja eine Kessel Das ist ja eine Kessel Ost, da gehst du da hoch? Ich geh doch lieber wieder hoch Auf einmal nehme ich noch eine Tür, die will ich mir ansehen Pfff Ich geh erstmal durch Ich geh erstmal durch Müll, müll, müll Aha, sag ich doch Äh, sketch of the old Penel Penel tree Gut Da kann man dann wieder hoch und dann geht's runter Ich geh mal da rein Das locket Durchs Fenster Ah Ah Bei dem Wetter will ich auch nur nach Hause wollen Aber ich will ja grad nicht da raus aus dem Wetter Ja Was ist hier? Und hier? Okay Ich geh einfach da hinten runter, wo wir runter gehen sollten Und dann schau ich mich mal um Was ist runter? Was ist runter? Schon wieder was gefunden Mh 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 Ich glaub es wird irgendwer vermisst Mh 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 Das ist aber wirklich dreckig. Ich habe so das Gefühl, dass es keiner ein gewöhnlicher Dreck ist. Ah, ich wette, da brauchen wir... Kann ich den da einsetzen? Das sah immer so aus, als es so eine komische Maschine ist, dann gehe ich wieder raus. Okay, ähm... Welche Fenster... Warte mal, da war eine Lupe. Aha... Ah... Ich habe schon wieder etwas gefunden. Ich habe das Gefühl, so mehr wie Fynn, so schlimmer wird es. Ja, ich drücke doch auf das Auge, du. Okay, da geht es nicht rein. Also, geh zum Rolltor. Die Treppe, da gehen wir nur da hin, wo wir fahren. Und ich glaube... Ja... Ja, ich habe so das Gefühl, dass... Vielleicht gibt es da so ein Monster und so. ... ... ... ... ... ... So, hier kriege ich gerade ein bisschen Bammel. Ähm, will ich da hin? Ich will da gar nicht hin. Ja, müssen wir auch wohl, glaube ich. Ich hoffe, das Spiel verlangt vor uns, dass wir da hin sollen. Ähm... Oh, kuck Oh, kuck Oh, kuck Oh, kuck steh auf ich glaub die ist tot aber sie lebt ihr dürft das lesen ich muss mal Spiele suchen die nicht englisch sind kann ich euch mal but it's coming so so Der steckt die Hand da rein und holt das da raus. Ja, ja, ja. Ich drück doch drauf. Ich drück da auf das Auge. Ja, gut. Warte, 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 warte. Ich drück dich. Sag ich doch, das gehört ihr. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist eine Gruselschule. Kann das sein, dass ich das schon mal gespielt habe? Weil wir kommen gerade Flashbacks zurück. Denk ich mir auch nur. Das kenn ich doch. Das kommt mir nämlich so bekannt vor. Ich glaube, ich will da auch gar nicht muttern, wenn ich ehrlich bin. Das kommt mir so bekannt vor. Das ist ein Stuhl. 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 Ich komme mir so bekannt vor. Wenn er gleich ein komisches Vieh angesabtet, kommt, dann weiß ich Bescheid. Back to school, so zur Schule. Ja, ich komme mit. Aber das Spiel fängt schon mal gut an, wir gehen aber nur, weil ich müde bin. Ich bin Dauer-Minute, ich finde schon mal gut an hier, ich habe eine leichte Känsehaut. Ich weiß nicht, wie wir so viel labern müssen. Ich weiter mache. WI, das sind vier. WI ist das Mädchen. Das ist die Telefonsurte. Das ist die Telefonsurte. Das ist die Telefonsurte. Was ist denn jetzt los? Warum fühle ich mich gerade so unwohl? Warum ist das? Ich komme gerade vor wie es. Was war das? Das ist die Telefonsurte. Ich glaube, wir sind tot. Wir haben so ein Notizbuch. Oh nein. Ich will nicht mehr. Das war das Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Ich kann nicht zur Schule zurück. Ich glaube, wir sind tot. Und wir sind jetzt so, ey. Komm ich die Bühne hoch? Ne, wir kommen die Bühne nicht hoch. Oh nein. Ey, mach mir jetzt so schwach, ey. Ich bin hier alleine. Ich will nicht alleine sein. Da geht es auch nicht rein. 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 Wir haben die Maus gefunden. Das ist ein bisschen weg. Das ist ein bisschen weg. Das ist nicht ganz gut. Das ist die ganze Notiz. Oh, was ist mit der Maus da? Oh, die ist dort. Ich lebe nicht mehr. Ich habe so echt ein ungutes Gefühl in der Magengepug. Scheibenhonig. Boah, ich habe echt gerade ein unmögliches Gefühl Ich hoffe, die Kerze geht nicht aus Alter Finne Mach mich nicht schwach Komme ich denn da raus? Ich glaube, der geht zur Schule, ne? Oh nein Wir müssen über diese Gruselbrücke Ich glaube, da können wir jetzt das ist besser Ne, ich glaube, der ist gleich Oh Ihhh Ihhh Wie das Schlimme ist Mir kommen gerade Erinnerungen wieder hoch Da kommt gleich so ein Schwubbelfiel Da kommt gleich so ein Schwubbelfiel Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Stimmt Stimmt Warum geht es mir gerade schlecht? Was war das? Was ist das? Oh Was ist das? Was bist du? Alter Was ist das? Soll ich denn da jetzt hin? Alter Was mach ich denn jetzt? Was ist das? Ich hab die Stimme Kopfball Ich hab ein Rufstum Schuss Ich hab den Koffer drin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was kann ich jetzt machen? Ich kann nicht durch. Wie frisst da jetzt den Wolf weg? Wie mache ich denn da jetzt? Walk away, okay, ich kann es da durch. Was soll ich mich töten lassen? Warte, ich versuche es mal. Bring mich mal um. Anders konnte ich nichts machen. Ich hätte mich die ganze Zeit töten lassen sollen. Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Leute, das ist fast mal für ein Schwummelfie. Ich will dich, wenn ich... Ich weiß nicht, okay? Alles klar. Ich kann nichts machen. Ich komme noch nicht durch. Wir können Lampen hier ausmachen. Was? Tab? Tab with two fingers. So hätten wir es machen sollen. Alles klar. Gut. Dann wissen wir Bescheid. So. Ähm. Ja. So wie es aussieht. Die Demo vorbei. Mal gucken. Mal gucken. Ob ich das ganze Spiel irgendwie runtergeladen kriege. Wenn es etwas kostet. Dann gucke ich, dass ich mir irgendwann mal eine Aufladekarte kaufe. Wann weiß ich nicht. Das kann Monate dauern. Jahre vielleicht. Mal schauen. Ja. Aber jetzt wo ich weiß wie ich diese Viecher entkomme. Ja. Also. Es ist ein spannendes Spiel. Also. Auf jeden Fall werde ich es. Wenn ich gucken. Dass ich es mir irgendwann mal runterlade. Also. Komplett. Weil. Ich will schon wissen wie es weitergeht. Ob wir da wegkommen. Und. Vielleicht doch noch leben. Hm. Aber ich glaube nicht. Ich glaube das Mädchen. Die Way ist alleine. Nachdem. Man hört und stört sich. Bis demnächst. Ciao. Mit Vau. Tschüss. Und viel Spaß euch noch.